So, wie ihr gesehen habt, Thomas hat jetzt schon den zweiten. Einen hat er verloren, zahlt sich aus. Seine Montage, ganz langsam ist es momentan halt wirklich Zeitblumen angeln. So, jetzt der Carsten live bis. Perfekt. Saugeil! Moin moin liebe Leute, wir sind heute im Moment hier am Plauer See bei Angeltouren Plauer Werder Axel Usadel und mit denen sind wir heute unterwegs. Moin Axel. Guten Morgen. So, pass auf, Axel. Wir kennen uns ja bisher nur von Fred Kotowski. Heute sind wir das erste Mal zusammen los. Wir sind heute fürs Köderwerk unterwegs, haben neun geilen Gummi, den wollen wir heute natürlich fischen. Der soll im März nächsten Jahres kommen und wollen dich kennenlernen und deine Art des Angelguidings. Was erwartet uns heute? Ja, erstmal guten Morgen. Schön, dass ihr da seid. Da habe ich mich schon eine ganze Weile drauf gefreut. Obwohl ich komme? Na, selbstverständlich. Hammer. Siehste Lars? Nur Gutes gehört über dich bis jetzt. Ja, was erwartet euch? Wir werden mal versuchen, ein paar Barsche zu verlisten. Den Tommi mal ein bisschen einzuweihen. Dafür werden wir erstmal ein paar Barsche suchen. Das ist wichtig hier auf dem See. Also sich hier einfach irgendwo hinstellen. Das funktioniert hier eigentlich nicht. Ja. Dann werden wir gucken, ob wir ein paar vernünftige Größen finden. Und dann werden wir mal schauen. Alles klar. Dann fangen wir so an. Genau. Auf geht's. Auf geht's. Nicht lang schnacken, Kopf in den Nacken, Motor an, ablegen. Perfekt. Geil. Freu mich. Geiler Tag. Na, aber so. Einer bitte vor der Leine los. Jawoll. Jawoll. Ich fühle mich. Geil. Ich fühle mich. Geil. Ja, wie sie es gehört. Zuerst der Guide. Sehr schön. Wunderbar. Das ist die Nummer eins für heute. Schöner Barsch. Ganz langsam über Grund. Dropshot. Kleine Rute. Beste Angelei, die es gibt. Geil. Fettes Petri-Alter. Dankeschön. So, meine Lieben. Das war unser Angeltag mit Axel Usadal. Wir fahren jetzt rein. Es ist gut gewesen für heute. Axel, du hast den Barsch gefangen. Klasse. Wir fahren mit diesen Eindrücken jetzt nach Hause. Nein, die Wahrheit ist natürlich, wir müssen noch mal kurz anlegen. Der Axel muss noch was holen. Der hat noch ein Special für uns. Und dann geht's wieder raus. So, wir fahren wieder raus. Axel, was hast du uns da für ein Special mitgebracht? Ja, da du ja noch nichts gefangen hast, habe ich hier mal einen Flüssigköder mitgebracht. Oh. Damit das jetzt auch klappt mit dem Barsch. Geil ist das denn? Guck mal hier. Flüssigköder. Den nehme ich jetzt als Flavor für den Tummi und dann geht das rund. Männer, seid ihr gut drauf? Auf jeden Fall. So, was erwartet ihr beiden denn von dem heutigen Tag? Thomas? Fisch. Kurz und schmerzlos. Fisch. Und wir erhoffen uns, dass der Carsten mal ein bisschen stiller bleibt. Das ist eine Labertasche. Kannst du dazu bestätigen? Das kann ich nach der kurzen Zeit jetzt schon bestätigen. Ihr seid doch alles ein Mobber, ey. Das ist definitiv so. Also Carsten hält das Boot am Leben. Ich muss hier leider einen Schnitt machen. So, wir sind am zweiten Spot angekommen. Neues Glück. Wir versuchen hier wieder auf Barsch. Und drückt uns die Daumen. Das Problem, was viele Gäste haben, wenn die hier, ich sag mal bei mir oder bei uns aufs Boot steigen. Die kommen halt oft mit falschen Vorstellungen. Lassen sich dann auch, ich glaube, von Videos oder Fangbildern enttäuschen. Also das ist harte Arbeit hier. Ja. Und auch wenn man sich jetzt hier vorne einen großen Fisch zu fangen, dann heißt das hier werfen, werfen, werfen. Ja. Und das ist hier nicht so, dass das hier läuft wie am Schnürchen. Das kriegst du nicht geschenkt, ey. Nein, nein. Das ist harte Arbeit. Aber die Chance ist halt immer wirklich da auf einem wirklich großen Fisch. Also sie sind da. Ja, schöner Barsch. Tommi mit Seitenarmontage. Winterangeln ist schwierig, aber wenn man passiv fischt, kriegt man noch einen. Petri. Petri Langlas. Oh ja, der ist besser. Jetzt geht Thomas aber richtig ab. Ich muss bloß erstmal die Technik finden. Zweite in Folge. Sauber. Direkt am Grund, ne? Langsam vorher geschliffen. Die letzten, die letzten Meter ein bisschen schön langsam. Bitte, bitte, bitte. Oh, der ist aber gut. Oh ja, guter. Der hängt ganz knapp und weg ist er. Schön Barsch wegen Filmanweisung verloren. Danke, Lars. Ich korrigiere. Ne, ne, nochmal neu. Ich korrigiere, danke, Carsten. Es reißt nicht ab. Thomas hat den ersten Fisch. Willkommen in der Thomas-Rieger-Show. So. Jawohl. Komplett weggenagelt. Ja, wieder ein schöner Barsch auf die Seitenarmmontage. Lass mal den Racker erstmal wieder zurück ins kühle Nass. So, wie ihr gesehen habt, Thomas hat jetzt schon den zweiten. Einen hat er verloren. Er zahlt sich aus. Seine Montage ganz langsam. Es ist momentan halt wirklich Zeitluge lang. So, und jetzt der Carsten live bis. Perfekt. Sau geil. Endlich. Mein erster Kontakt heute. Petri, Carsten. Ja, und dann dreht dich dann auch in deine Parade rein. Ja, das machen wir. Mega geil. Ich freue mich. Ich muss auch noch rauskriegen. Noch ist er nicht da, aber sieht gut aus. Ja. Sehr schön. So, jetzt. Wir haben eine ganze Weile die Barsche gesucht. Jetzt haben wir ein paar gefunden, die auch aktiv sind. Oh ja, da kommt er. Oh, ein guter. Guter. Oh, sehr gut. Das ist er heute. Den hole ich mal direkt so hoch. Aber schnell, 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 schnell. Yes. Petri. Da ist er mir nass. Guckt ihn ihr euch an. Geil, geil, geil. Hammer. Ich habe die ganze Zeit nicht einen Kontakt, nichts. Aber wie ich gerade auch schon gesagt habe, irgendwann wirst du belohnt. Ein bisschen Glück dabei. Spitze. Geil, geil. Sehr gut. Axel. Petri, Carsten. Dankeschön. Ich bin immer noch richtig glücklich. Wenn ich überlege, Axel hat heute Morgen schon gesagt, dass das eine richtig harte Nummer wird. Und dann hat er gleich am ersten Spot direkt einen schönen Barsch gefangen. Dann haben wir, glaube ich, ein bisschen Auszeit gehabt, wo nichts ging. Dann hat er Thomas zweimal zugeschlagen. Und ich habe gerade überlegt, meine Montage zu ändern, weil die Jungs mit einem Seitenarm gefischt haben. Und ich mit einem Schiburasker. Und in dem Moment, wo ich angefangen habe zu zweifeln, da knallt auf einmal das Ding rein. Also genau im richtigen Augenblick, seitdem ich wieder top motiviert. Und wenn der Lars jetzt auch noch einen fängt, dann hat er das ganze Boot gefangen. Und das zu dieser Jahreszeit. Also ich fahre hier heute auf jeden Fall jetzt schon, wo wir noch lange angeln, mit einem lächelnden Auge nach Hause. Also das steht schon mal fest. Voll! Petri! Sauber! Ja! Geil, Axel! Geil! Sauber! So, der Tommi kann also auch hecht. Ein bisschen Glück dabei beim Barschangeln, mit dem kleinen Vorfach. Aber alles gut gegangen. Perfekt gehakt. Schön vorne drin. Sehr, sehr geil. Schön hecht. Schön voll gefressen. Gut genährt. Steht mitten in den Barschschwärmen. Sau geil, Axel! Richtig geil! Habt ihr den krassen Brocken gerade gesehen? Sau stark! Mensch, was für ein Abschluss. Wir können aufhören, oder? Theoretisch haben wir jetzt alles erreicht. Barsch haben gefangen, Hecht haben gefangen. Das haben wir uns vorgenommen. Ja. Was wollen wir mehr? In diesem Sinne würde ich doch sagen, wir machen hier Schluss. Wir fahren nach Hause, wir essen gerne noch lecker Pizza. Besseres als einen richtig geilen Hecht zum Abschluss mit dem Tommi konnte man nicht haben. Ich hoffe, euch hat der Film gefallen. Und denkt dran, wenn ihr sowas erleben wollt, da ist der Axel Usadal. Angeltouren. Blauer Werder. Ja, geht hin, ruft bei Axel an. Das lohnt sich hier auf jeden Fall. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.